Der Bahn hinter dem Feld zurück, etwa eine halbe Sekunde vor Runde. Das Auto hinter dir hat eine Sekunde Rückstand, eine Sekunde. Wir glauben, dass das Auto vorgekommen ziemlich viel Spründer dort hat. Wir gehen dort in den nächsten Runden, vielleicht auch ein bisschen gemischt. Wir gehen dort in den nächsten Runden. Entschuldigung, eine Sekunde Rückstand, eine Sekunde. Ich glaube, ich werde jetzt in den Kopf. Ich werde es nicht so gut machen. Die Bus ist für dich bereit. Komm diese Runde weit. Die Bus ist für dich bereit. Wir glauben, dass Gittermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht die Lücke zu schließen. Wir sind bereit. Komm jetzt an die Box. Die Bus ist für dich bereit. 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 Es ist keine Stoppen mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Schöne Überholmanöver. Gut gemacht. Die Bus ist für dich bereit. Die Bus ist für dich bereit. Die Lücke sieht gut aus. Wir werden sie aber im Auge behalten. Du hast dich auf den 5. Platz geschossen. Du hast dich bereit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Siehst du aus, als ob du auf diesem Platz ins Spiel kommen würdest? Geh kein Risiko mehr ein und bring das Auto heil nach Hause. Achte auf den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal zwei Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen ab. Untertitelung. BR 2018 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 Vaya tela, tío, de carrera. Vaya asca. Ja, aber gut, es ist mir eine besondere Illusion zu holen. Ein Glückwunsch! Ein hoher verdienter vierter Platz!